Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky hat für einen Eklat bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln gesorgt. Er lehnte die Auszeichnung ab und bezeichnete die Gala als Blödsinn und überflüssig. Der Moderator des Abends, Thomas Gottschalk, bot ihm daraufhin an, gemeinsam mit den Verantwortlichen der großen Sender ein öffentliches Streitgespräch über das Niveau des Deutschen Fernsehens zu führen.